so leute so hochzeit und Prozent bis jetzt vor der Rede die Hoffnung wir schaffen das das ist jetzt schon die Macht aus Schöne Strecke gehen wie du hier durchgehst und auch so einfach Jolo erstmal die ganzen Trainer drum rumplätten und angucken das ist auch so einfach und nicht so leicht die ganzen Trainer zu finden na geht ne Leute Schwerster Welt Schwerster Arena ist ganz klar immer noch die in den Schalter das war echt scheiße ja 3 4 nicht unbedingt er hat die zweite Ziffer ja immer ja wohl das fehlt ich muss voll aufpassen Slowpoke ah das kann ich nicht ficken Slowpoke das Problem das ist das ist das ist so ich hab jetzt noch Psyade jetzt das habe ich echt ganz gut gute Karten neuer neuer uns Euro Scheiße leichterlich Slammer trainieren in der Arena in der Arena ja ich warst ja ich muss auch gut nur Gastlieb jetzt gibt es ein bisschen Gäste gucken die Kumpel treffen uns einfach in der Arena Mitte so nicht der Stärkste sie müssen abgütteln stark jetzt in seiner Sonntag jedenfalls so sehr schnell und hat eine hohe Spieße hohe Spieße an ich glaube ich immer noch unter den Top 10 und damals tot die Schuhe die Schuhe die Arbeiter sich nicht er ist doch scheiße alle und Sleimer sie nicht sehr fiktiv und und müssen so viele Gruppen in der ersten Generation Kofu streiten gehen muss es jetzt ich habe außerdem ja auch dort endlich mal spannend hier Köln um mein Haus die Europäer wieder zurück und ich habe keine Ahnung wie ich ihn gekommen bin okay, bin zu ganz ehrlich, Psycho kann drei von meinen Pokémon platten, ne vier Rehorn, Ultrigaria, Radical und Razorov was so wenig Spezial und Radical muss ich die glaube ich nicht erklären oder möchtest du es wissen Ne, die da zum Glück hat er auch so wenig Verteidigung um nachgeben es läuft nicht mehr lang und ich habe unser 10 ja so oh man was ist los was 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 ich bin schon Level 36, ne muss ich gar nicht mehr trainieren, ne aber mein Rehorn muss ich noch Glück gehabt NEIN recovery, sonne Bitch fuck loll wie viel schlammert was wird jetzt ein etwas längerer Kampf Gott, mein Giga sauger ist ja alle, hab ich vorher vergessen die die Sleimer Kadabra wegkaut die Kadabra ist auch nicht ich bin schon irgendwie ein Hater, oder? ich bin schon ein es bleibt Tod Kadabra hat voll wenig Verteidigung die die den die 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 alles gibt es auch wenn man da war jetzt mehr zum Rennen hat er gelegt auch so viel leider nicht davon treiben jetzt trainiere ich erst mal wieder Blubob Level 38 340 Slowbro verkackt wenn du mich nicht warten könnt oder so wissen du ich bin genau da wo du willst ja ist halt aber keine hartnur Wassergarn ah Hedbert wüsstest du eigentlich warum kann dein Glurak mit deinem Miniärmchen Megapunch Hallo Amnesia was hast du damit was hast du das was hat der gemacht ach so ich hab's gemacht Ach so ach ja das ach ja das ach ja das ach ja das oh weiß noch ich bin ich nicht ja weil wir spoiler von der Zeit nein aber auch so also bei der Grafik schockt mich das jetzt nicht ob der jetzt zwei weiße Pixel oder ein schwarzer und ein weißer Pixel ist nur es ist noch an den Typen auf die Umsetzung geistert und es kann nicht wechseln Gelsen die Problik oder auch kein Problem von Uwe Du hast mich auch ankommen. Hast du nicht. Du warst der erste hier. Junge wechseln doch. Hau und er ist weg. Wieso kann ich nicht zu... Boah, wie geil. Turtok einfach im Kampf auszieht. Rocky. Weit. Das ist Destiny Bound. Destiny Bound? Ah, das verkackte, das ist dieses Abgesang, glaub ich. Ach so. Scheiße. Fuck. Turtok, nein. Naja. Hätt's mir wohl früher sagen können. Das wär nicht verkehrt gewesen, glaub ich. Ah, ich weiß es nicht genau. Kann auch Bodegaard oder so sein. Ja, ja. Jetzt wo es schon passiert ist, ne? Ja, kann das sein. So, weg mit dir. So, weg mit dir. So, ich geh jetzt. Geh ich raus? Ja, ich geh raus. Wenn ich hier rauskomme. Hilfe. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Oh, fuck. Boah. Hier ist noch so weit gekommen. Oh, fuck. Oh, fuck. Boah. Heute kein Bock. Oh, yeah. Oh, yeah. Zwieger. Zwiegelig. Zwiegelig. Stacey. Hauntal Level 38. Oh. Was ist denn mit dir, Rihorn? Junge, warum kämpfst du denn nicht? Was kannst du eigentlich? Ne, alter Junge. Es hat 31 HP. Und ist ganz vorne in meinem Team. Und Ratzfranz wird ausgewählt. Hä? Hä? Hö다고!! Kack nochmal kind normal. Auch schon. Wo bin ich? Wohin! Da hab ich schon. Nämlich die dann auch schon. Nein. Nee, gegen die dann wieder abgestattet worden. Ich k áreaérer zugänglich. bei der Arena eins kann ich nicht mehr auswählen zwei machen kein Schaden die drei machen kein Schaden um die umbessert und zwei sind tot was ich mache ich habe das Bild der sich der mit den zwei Nebulaks und ein Prozent von Polo scheiße jetzt muss ich hier er hat noch Steinagel zu wenn er jetzt aber tot ist und dann mach ich kein Schaden Junge das ist ein Problem aber ich bin raus endlich tut man sich ich will auch ein Ziel und weiter sich einfach die Welt die Worte steht an erster Stelle ich bin ich noch nicht ich bin ich will er haben ich möchte nicht macht das nicht mit mein Gott die gibt es erstes Maarten da mein Kampf es kann ja nur scheiße sein sie sind schon wieder da ich bin in der Arena ja ich habe alle Gegner schon wettet 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 ein 37er und den Rest auf 36 du äh ich hab ein neun dreißiger ähm ein 37er 336er und 1 35er zum Glück wird keiner bevorzugt nö wettet 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 oh hallo Wurz kann nur noch ein paar Trainer dauern oa oa ich muss noch zwei Trainer glaube ich machen oh ich will nicht verkacken gegen die hier wieso glaubst du was du verkackst wettet 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 du wettet du wettet 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 Plasch wettet ich werde ich jetzt meinen sier sien 15 im 30 100 Euro Prozent der Kurs 7 und wieder auf Mainz auch 137 oder 138 Leipzig Lippen und Wack ist hundert schnell Fakt ich will hier nicht hin Ja ich will zu der Ollen Ist ja schon mit der ist 36 Wer macht die denn jetzt? Komm Rock aus und die Chixen wird zu essen und da macht sich die Chiquitin Tor das war zu antworten die nach oben der das sind 5 eine beständige Möcke haben genau ich auch so Reinhardt bis schon wieder hier doch auf dem Bildchen auch alt jetzt geht los ja komm ja nach der Karte ausgleichen die Rappen läuft kaum ein zum letzten Mal es macht auch überliegen und recht recht immer wenn sie die Mauer und schockt na 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 und schockt die mt keine Chance geben Uli Klammern gibt noch ein abvolles Leben und dann was weg und die Nummer ich war schief Prozent Wachat und immer noch die Proben von der Kürbungen 9 9 und es wird und auch darauf ob ich sie nicht können muss das so die macht die Population Rexo kommt in Pax aus Nein zu zweit mal so Rexo macht das älke seien hollast ich bin so schaue zu schüttel und mit dir so vor scheiß muss sein komisches im salar und weg oder was aber ich bin ich schon gut bereich über die Sitz ein Buch und dauerung bei ihr sind wir sind 3. Rügel stimmst du wenn wir auch zwei dauern jetzt kommt es mehr erst mal gegen Antibus in okay ein Team aus der Geschichte noch im Sala 340 auch so nicht in dem Ort es wird so sehr bei mir was ist wo er kann es war noch einmal kommt kommt noch einmal auch für das Leber der Maske in dieser Gegend war in das Leben die Sitzel auch immer mehr an der Ecke war er schon mal das hat bei mir auch ein Mopsis die Sorge das war doch und schon warum macht man auch mal sehen es fällt doch eben das ist schon aufgefallen in diesem Game Fail zum ich habe sie Spezialschweiß die Dachgut hier ach muss muss wechseln und damit geht die Folge schon 20 und ich finde den Scheiß Weg nicht ihr Klaus erbauten bis zu tun Fakt 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 Ach, Donner darf ich nicht nehmen Ne, darf ich nicht nehmen Darf ich nicht So, geb ich nen Mega Punch Schalli hier im Psycho Arena Läuft bei mir Und er gewinnt So So TN4 Was hat die uns gegeben? Ich hab gedacht, gut Ah, was witzig ist Ah, ne 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 So So Ah, endlich die Arena fertig So, und damit will ich mich jetzt auch verabschieden Oder Möf? Joa So, und wir sehen uns das nächste Mal Ciao So 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 So